Welch harte Kritik ihre Teilnahme an der dritten Staffel, prominent getrennt, wirklich auslöste, erfuhr TV-Sternchen Sarah Liebig, erst nach Ende der Dreharbeiten im vergangenen Herbst. Dass sie mit ihrem Ex-Freund Nico Legard, der sie in der Sendung, Temptation Island, vor laufenden Kameras mit Verführerin Siria Longo betrug, mitmacht, stieß bei vielen Zuschauern auf Unverständnis. Doch leider sammelten sich auch viele Beleidigungen auch Liebichs Instagram-Account. Jetzt hat sie sich geäußert. Wie wir euch bereits berichtet haben, schloss Sarah Liebig eine Teilnahme an Shows wie, prominent getrennt, oder, Ex on the Beach, nie aus. Im Interview mit Reality-Experte und YouTuber Ramon Wagner, erklärte sie im Sommer nach der, Temptation Island, Ausstrahlung. Eigentlich würde ich Nein sagen, aber ich weiß nicht, wie sich das Ganze in den nächsten Wochen entwickelt, ob ich wirklich einen Abschluss finden kann. Ich bin mal gespannt, ich kann für mich selbst noch nicht so richtig einschätzen, ob für mich in den nächsten Wochen der Punkt kommt, an dem ich sage, dass ich darüber hinweg bin. Ich weiß nicht, wie schnell ich mit dem Ganzen wirklich durch bin. Auch in einem YouTube-Format mit Calvin Kleinen wollte sie nichts ausschließen. Abgesehen davon, was dort passiert ist, hat der Dreh schon Spaß gemacht. Weitere Formate würde ich mir offen lassen, und hier erstmal einen Schlussstrich ziehen, so Liebig. Umso mehr ärgert sie sich aktuell über die harten Reaktionen auf den sozialen Netzwerken. Fakt ist, ich habe mein eigenes Wort nie gebrochen, und selbst wenn, dann ist das okay. Man darf seine Meinung ändern. Daran ist nichts Schlimmes, erklärt sie sich. Ihr sei durchaus bewusst, dass sie mit ihrer Teilnahme an, prominent getrennt, auf Gegenwind stoßen würde, und, das ist auch verständlich. Die Entscheidung, so Liebig weiter, habe sie sich nicht einfach gemacht. Am Ende war es wie eine Pro- und Kontra-Liste, auf der die Pro-Argumente mehr Gewicht hatten, als die Kontra-Argumente. Ihr innerer Instinkt, erzählt sie, habe gesagt, ich will das. Damit bin ich gerade, habe ich mehrere Minuten, für die Kontra-Argumente mehr Gewicht geschlossen. Und jetzt kann ich, dass du das Ganze vergessen. Und jetzt sind hier auch die Kontra-Argumente.